Oh, oh, Zombie! Ah! Lauf, 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 lauf! Oh, Skelett! Du würdest wahrscheinlich hier, weißt du, unser Bereich sehen, wo es so richtig fett aufgedeckt ist. Oh, Zombie! Dann so ein ganz dünner Streifen, wo Yannis lang gefahren ist. Oh, Skelett, Scheiße! Oh, Huhn, jawohl! Trissi, wo machst'n du, ähm... das Verchant-, das Enchantment Table hin? Weiß ich nicht. Je nachdem, wohin wir sind. Boah, ich muss mich hier irgendwann mal ausrüsten. Wohin? Hm... Musstest du das jetzt schon bauen, oder? Nee. Weil wenn du jetzt Enchanten... Weil, dann würde ich hier erst mal ausbauen, und dann würde ich... und dann... Ich würde eher sagen, in den Keller hier, oder? Und wir auch. Ich pack's mal in die Kiste. Ja, ich glaub, das ist am besten. Alter, geh hier nach oben. Warte, bei welchen Koordinaten ist nochmal unsere Base? Minus 160 und minus... 200. 200. Scheiße. Ich find's lustig. Scheiße, das Land ist hier zu Ende. Ich muss weiter mit dem Boot fahren. Alter, ich find' ja nie wieder zurück. Ach, sag mal. Oder was ist das? Dschungel! Dschungel! Please! Bitte! Oh nein, nur so hässliche... Äh, haben wir eigentlich so dunkle Fichtensetzlinge? Nein. Nein. Nett? Ich glaub' nicht. Also nicht viele, wenn dann... Ja, aber wir haben welche. Oder haben wir nur Fichtensetzlinge? Äh, müsste ich jetzt gleich mal gucken, warte kurz. Also, warte. Bist du jetzt an einem Fichtenholz oder an diesem neuen Holz von der 1,7? Warte, ich kann dir sagen, wie es heißt. Es heißt Schwarzeichenholz. Das kann ich nicht abbauen. Das brauchen wir. Haben wir da keine Blätter davon? Wieso können wir das nicht abbauen? Ah, in meinem Timmer. Ja, okay. Und wir haben da keine Fichtensetzlinge davon, oder wie? Ähm... Ne. Ja, aber... Nein, der Wald ist gleich neben uns. Ja, okay. Ja, wenn der Wald gleich daneben, dann brauch' ich die Janette holen. Gut kombiniert, Janis. Oh, oh, oh! Oh! Oh, pfiuh! Pfiuh! Oh, pfiuh! Oh, in der Wasserhülle? Da geh' ich jetzt aber nicht hin. Ich bin nämlich auf einer Mission! ich bin nämlich jetzt bei 2200 538 warum ist eigentlich dschungel so selten geworden jetzt weil es viele neue blumen gibt gibt aber warum gerade dschungel geworden türkett ruhig weniger werden können türkett gebraucht sowieso und so nix der bild es gibt jetzt auch nur rein birkenwald ja ich weiß gibt alles wo seid ihr eigentlich so viele verschiedene blumen wo seid ihr alle eigentlich ja ich bin weg und rissi ich glaube sie einfach voll sinnlos rum okay ich bin noch gar nicht gestorben seit ich in der hülle bin alter mega leck so aber nett das war jetzt aber glaubt das ende von der insel alter mein herz bist du ich sehe den namen wo bin ich eigentlich gerade mal gucken ich bin ich jetzt aus der höhle raus habe ich keine mehr ich bin ich jetzt aus der höhle raus habe ich vorhin auch gemacht alter ich habe ja mega wenig fünf eisen maximal ne 1 deck eisen und 49 viele steaks redstone 34 gold und fährt mein boot so scheiße okay geil was ich das für ein biome geil ich habe so farbigen lehm ja das ist ja das will ich aber da und costa rica für 31 dann ist die weich von die folge da wird die wm schon lang vorbei sein ja egal ich will es nur sagen ja irgendwo muss doch aus das scheiß geht um mich das wird es jetzt sieht in der aufnahme was sieben ich will wissen einmal um diese wüste rum fahren aber wenn sich da eine wand aufbaut dann muss ich da drum rum fahren alter ich hasse dieses biome ich bin gerade am trinken das war jetzt unfair bitte ich muss dazwischen durchfahren okay jetzt springe ich nicht mehr runter nein bitte nicht wir wollen dich alle noch am leben haben vielleicht wird es jetzt testen warum das nicht funktioniert juli wollen wir das also ich will ich möchte es boah ich bin jetzt schon bei 3000 halte und immer noch kein dschungel what the fuck auch kaktus kaktus hämmer nicht kaktus brauchen mit blöden so jetzt funktioniert das ganze wieder die drei die sind haben wir da oben noch mal 2 mit einem anderen fährt weg wo hin nicht das wissen ich will jetzt noch jetzt nach nachdem sie so einen schönen Hausputz gemacht haben geist ist sie putzt jeden Raum außer mein natürlich katholik und da das selbst machen wenn sie wollen ich kann ich putze nicht weil ich muss schon machen aber ich mache es nicht ja ich mache es auch nicht ja okay vielleicht einmal im monat kurz mal staubsaugen und so was ich früher mal scheiße fand war dass die monster auf dem wasser gespawnt sind aber das ist jetzt nicht mehr und man verbraucht zum glück auch keinen hunger wenn man boot fährt echt nicht nein das ist glaube ich auch dass der dann schon tot wäre aber schon längst nein ich habe ich habe noch drei hühnchen und 3 28 schreie 28 3 28 ich war in die falsche richtung so in die richtung muss ich kommen mein essen wird jetzt auch langsam knapp scheiße ich habe noch von 15 bodien jonas toll schön für dich in der hülle da geht es natürlich scheiße Kronen und reißen Lärmung zum Beispiel jetzt aber wüste bläst du bist du bist du bist du bist der millionen das würde ich killen das ist halt ich gehe gar nicht mehr zu fahren ich hatte auch mal 26 Läben der Kiel wir haben normalen Fichten Waldgern er hat 6 7 Selbstlinge glaube ich und es reicht ja und da kommt bitte keine eiche sondern schon scheiße ich bin jetzt schon bei 3700 jahr und immer noch kein verfickter dschungel ich glaube minecraft hat es halt nicht so mit dir oder warum ist da eigentlich nicht die map warum haben wir die eigentlich nicht drauf weil dann könnt ihr sehen wie weit ich schon gefahren bin ich glaube wir könnten so vorstellen wie lange fahr ich eigentlich schon halbe stunde ja ich jetzt bestimmt wie lang fährt er schon lang ich bin jetzt bei 4000 sind dann ist ich glaube du musst offline zurückfahren ich glaube ich aber wenn ich kein dings find kein dschungel dschungel dann springe ich einfach irgendwo runter dass ich dann daheim wieder sagt mir in welchem bett du geschlafen hast und brüchte es ab ich habe ach nee ach nee warte das ist ja eh egal der spawnt ja eh da unten ist ja dann eh egal einfach spawnen umsetzen und irgendwo hin lol mein Schiff ging nicht ja Pech wie dein Schiff ging nicht wie wärs jetzt mit Neto naja jetzt wo ich nicht da bin oder was wirst du scheiße ja deswegen es steht ein Enderman zwei Blöcke neben mir alter leg mir die Haare das ist ja nicht schlimm oh creepo 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 aua 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 aber bitte nicht hier beim Rathurs nee in der Höhle ja finde ich gut